Die Weltmeere bedecken zwei Drittel der Erde. 90 Prozent der Ozeane sind Tiefsee. An Leben dort unten glaubte man jedoch lange nicht. Die ewige Dunkelheit, der hohe Druck und die extreme Kälte hätten, so dachte man, alles Leben unmöglich gemacht. Epipelagial, die lichtdurchflutete Zone. Tiefe 10 Meter. Temperatur 20 Grad Celsius. Druck 2 Bar. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Fernab des Sonnenlichts liegt der größte und älteste Lebensraum der Erde. Etwa 10.000 Arten sind bereits beschrieben, doch bis zu 10 Millionen werden in den Tiefen der Ozeane vermutet. Niemand weiß, welche Geheimnisse noch im Verborgenen auf uns warten. Mesopelagial, die Zwielichtzone. Tiefe 200 Meter. Temperatur 12 Grad Celsius. Druck 21 Bar. Kaum ein Sonnenstrahl dringt durch die Wassermassen. Hier beginnt die Tiefsee. Manche Bewohner der Zwielichtzone schauen immerfort nach oben, wo sich der Umriss einer möglichen Beute vor dem schwachen Restlicht abzeichnet. Andere wiederum besitzen Lichtrezeptoren an ihrer Unterseite, um ihre Silhouette zu verstecken. Da das Oberflächenwasser reich an Nahrung und Sauerstoff ist, kommen viele Bewohner der Tiefsee nachts nach oben. Es ist die größte Tierwanderung auf dem Planeten. Selbst kleine Tiere nehmen weite Wege auf sich, um vor Einbruch der Morgendämmerung wieder in den lichtlosen Tiefen zu verschwinden. Musik Bati Pelagial, die Mitternachtszone. Tiefe 1000 Meter. Temperatur 4 Grad Celsius. Druck 101 Bar. In der Tiefsee können 90 Prozent aller Tiere ihr eigenes Licht erzeugen. Man nennt diesen Vorgang Biolumineszenz. Zieht man die Größe und Artenvielfalt dieses Lebensraums an Betracht, ist Biolumineszenz die am weitesten verbreitete Form von Kommunikation auf diesem Planeten. Eine Sprache aus Licht, die wir nicht verstehen. Auch Pottwale jagen in der Tiefsee. Mit einer Reihe hochfrequenter Klicklaute können sie in der absoluten Finsternis Tintenfische per Echo orten. Viele Pottwale haben Narben von Saugnäpfen und Krallen. Vermutlich stammen diese von Riesenkalmaren oder Kolosskalmaren, die bisher kaum erforscht sind. Abyssopelagial. Tiefere Mitternachtszone. Tiefe 4000 Meter. Temperatur 3 Grad Celsius. Druck 401 Bar. Abyssos. Der bodenlose Abgrund. In alten Zeiten dachte man tatsächlich, das Meer sei unendlich tief. Selbstverständlich gibt es den Meeresboden, doch im Detail sind selbst die Oberflächen des Mars oder der Venus besser kartografiert. Anders als dort gedeihen hier bisweilen Gärten von Schwämmen, Seelilien und Kaltwasserkorallen ohne Sonnenlicht. Sie filtern ihre Energie aus herabfallenden organischen Partikeln, sogenanntem Meeresschnee. Wenn ein Walkadaver zu Boden sinkt, kommt das in der Tiefsee einem Festessen gleich. Hadopelagial. Die Tiefseerinnen. Tiefe 6000 Meter. Temperatur nahe dem Gefrierpunkt. Druck 601 Bar. Hades bezeichnet in der griechischen Mythologie die Unterwelt und ihren Herrscher. Man hätte die tiefste Zone des Meeres nicht treffender taufen können. Sie umfasst die bis zu 11 Kilometer tiefen Meeresrinnen, die durch tektonische Plattenverschiebung entstanden sind. An ihren Rändern strömt 400 Grad heißes Meerwasser durch meterhohe Schlote in die kalte Umgebung. Dort bilden sich schwarze Wolken aus Schwefelmetallverbindungen, Kupfer, Zink und anderen Mineralien. Die über Jahre gewachsenen Schlote nennt man deshalb auch schwarze Raucher oder Hydrothermalquellen. Ihre Umgebung bildet ein eigenes Biotop. Zwischen extremer Hitze und Kälte leben Muscheln, Seesterne, Bartwürmer, pelzige Yeti-Krabben und Seespinnen ohne Augen. Sie alle sind abhängig von Bakterien, die toxische Mineralien aus den Quellen in Nahrung verwandeln. Womöglich ist hier, vor 4 Milliarden Jahren, das Leben entstanden. Stammen wir ursprünglich aus der Unterwelt? Eines ist sicher. Es gibt unentdecktes Leben im Universum. Es ist näher, als wir glauben. Biotop! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020